Norddeutscher Rundfunk 2021 hat die letzte Saison entschieden, ihre Profikarriere zu verändern. Claudio ist seit 2007 insgesamt eine Saison für das Jahr Tigers aufgelaufen und hat über 550 Spiele für die Tigers bestritten. Er kommt aus der Nachwuchsabteilung vom Stetschuhklub Lanno. Der Rekordspieler hat in seinen 16 Saisons über 650 Spiele für die Tigers bestritten. Applaus